ein mega abenteuer hier ganz schön schmatzig hier ja es auf jeden fall echt mega riesengroße anlage hier das wasser steigt das wasser steigt hi und willkommen zu einem neuen video auf unserem kanal ja leute heute bin ich hier unterzieher ohne anja unterwegs denn anja und luca warten im auto und ich bin unterwegs heute mit stefan moin servos und grüß gott und wir erforschen gerade zusammen hier eine riesengroße unterirdische anlage das ganze ist nicht ohne wie ihr seht müssten wir hier etwas kriegen wobei ich noch ganz gut laufen kann im gegensatz zu stefan ja wir sind gespannt was wir hier entdecken bleibt einfach dran so wie ich kann stehe ich kann nur meine haare ja so ein bisschen so ich kann bequem stehen ich weiß gar nicht was du hast muss weitergehen der stefan hat heute seinen glow poly quasi an die grazien draußen gesagt mach mal die jacke zu sagen ja sieht man richtig am leuchten war gerade so ein bisschen kleiner nachteil aber hier drin auf jeden fall ein vorteil weil wenn wir uns bei ihm verlieren sollten also wenn ich stefan heute also draußen war es wirklich richtig kalt gewesen hier drin ist das ganz schön warm also wirklich den froh dass ich meine jacke ausgezogen habe ja auf jeden fall riecht sie nicht schlimm oder so richtig ganz normal das wasser was hier fließt ist einfach regenwasser und kein schmutzwasser von der toilette sage ich jetzt mal das alles hier komplett klares wasser richtig schlimm oder dergleichen schaut euch einfach mal an wie endlos hier dieser gang ist einfach quasi ins schwarze laufen wir hier ist echt wahnsinnig wie lang das ganze system hier ist und hier kann man es auch noch mal ganz gut erkennen das was sie lang fließt ist klares wasser das ist einfach das regenwasser was gerade hier abgeführt wird von oben so jetzt macht hier der gang wieder so einen leichten knick und wir müssen uns bücken und hier oben kann man es auch noch mal richtig schön erkennen das erinnert mich gerade so ein bisschen an den ein oder anderen bunker wo das auch von oben wächst und leute wie war das noch mal stelle knieten oder stadt knieten ja ich kann mir das immer nie merken ihr könnt ihr mal in die kommentare reinschreiben was wächst von oben und was von unten ich meine das sind glaube ich stelle knieten oder da oben ist ein rühndeckel ja der sieht schon so ein bisschen aus als wenn der nicht mehr allzu oft hochgehoben wird prinzipiell könnte da oben jetzt jemand stehen und der wird wahrscheinlich ziemlich blöd gucken dass plötzlich so eine lichtsäule von unten kommt also schon ziemlich witzig oder also ich hoffe man kann es gut hören es wird auf jeden fall lauter und das wasser hat eine etwas schnellere fließgeschwindigkeit und die aus den rohren kommt auch gerade jede menge wasser man muss nämlich zu eurer informationen sagen es regnet gerade etwas leicht draußen also echt leicht aber hier entwickelt sich gerade schon so ein kleiner bach ja muss man dazu sagen wir hatten heute eigentlich echt ein bisschen pech gehabt den ganzen tag war es trocken gewesen und ja ich würde mal so sagen zehn minuten bevor wir hier angekommen sind fing es an zu regnen also echt blödes timing aber wir wollten uns die location auf jeden fall jetzt trotzdem nicht entgehen lassen wir haben uns gedacht komm fahren wir einfach gucken wir uns das trotzdem an ach leute ich bin echt beruhigt ich bin nicht die einzige person die keine ahnung mit stadt knieten und stadt knieten hat stefan macht auch gerade dazu noch ein thema in seinem video und ist genauso planlos wie ich also von daher so leute habt ihr eigentlich unser video damals im honigbunker gesehen also mich erinnert ich kann es mir einfach nicht nur stadt stadt nieten heißt es denn nieten oder nieten oder nieten ja weiß ich nicht nieten nieten sind die man für autos ja also wie gesagt wer es weiß schreibt bitte in die kommentare die beiden sind einfach planlos aber planlos geht unser planlos oder wie ist das ne planlos geht der planlos ne wieso leute habt ihr eigentlich unser video damals im honigbunker gesehen also mich erinnert das ganze hier auf jeden fall sehr stark daran damals gab es auch diese salzablagerung von der decke die hinde auch überall diese tropfen das sah so mega aus also mich erinnert das ganze auf jeden fall sehr stark gerade an das abenteuer was sie damals erlebt haben da hier sind wir auf jeden fall in einem ganz interessanten bereich angekommen und zwar ist hier so eine Gitter komplett verlegt und hier sind auch jede Menge Laubreste zu sehen hier unten drunter führt quasi der Kanal weiter man sieht also das Wasser die lang fließen ja vermutlich ähm können hier die Kanalarbeiter bei Bedarf reingehen also hier sind auch ähm ist auch ein Weg nach unten ja ich denke wir werden jetzt mal hier diese Treppe weiter gehen nach unten und ja mal schauen was wir hier noch so entdecken also Leute wenn ich für dieses Video keinen fetten Daumen von euch nach oben bekomme dann verstehe ich die Welt nicht mehr wirklich wow wir sind jetzt hier in einem riesengroßen Gewölbe also ich merke hier ist auf jeden fall ein Windzug der hier lang geht und das Wasser ist jetzt unter uns also es führt nicht mehr direkt an uns vorbei es plätschert hier noch ein bisschen aber das eigentliche Wasser ist weg das sieht hier so aus als wenn wir so eine Art Gewölbekänner jetzt wären das sieht hier so aus als wenn wir so eine Art Gewölbekänner jetzt wären also richtig richtig groß hier ist offenbar ein Teil schon verschüttet worden also da hinten sieht es so aus als wenn da auch noch ja ein Weg weiter ging aber der ist komplett zu und schaut mal hier wie extrem hoch die Decke ist also ich würde mal vermuten dass das alles hier früher für etwas anderes genutzt wurde ich sage nur die Frage was ne ich spreche das mal an wie hoch das ist hier geht es auch weiter aber da vorne hier sieht es mir auch nochmal hier ist zugeschüttet und hier auch wobei es sieht so aus als wenn es da hinten noch noch weiter gehen würde können wir mal schauen es geht da hinten noch weiter bis da hinten hin geht es noch und da hinten ist aber auch dann der Zugang sieht aus als wenn da so ein Weg wäre nach oben vielleicht aber der ist zugeschüttet da geht es auf jeden Fall nicht weiter aber hier sind so viele Abgabelungen die man gehen kann das ist ein riesengroßer riesengroß Gewölbekeller quasi ich bin echt froh dass ich meine Jacke im Auto liegen gelassen habe es ist nämlich echt wirklich wirklich warm Stefan musste ich gerade schon ein Taschentuch leihen der musste sich gerade erstmal etwas trocken liegen Puh es ist mega hier ja Leute echt der Wahnsinn was wir jetzt hier entdeckt haben also hier stehen da eben zwei Autos also hätte man jetzt so gar nicht mitgerechnet wie man mal so sieht ja einen so ein Pritschenwagen sieht so aus und einen so ein Autoscooter welches Baujahr die Fahrzeuge haben keine Ahnung da müssen wir gleich echt mal schauen ob wir noch irgendwas sehen aber das ist schon weggegangen das ist ziemlich überraschend sag ich mal ne also sowas hätte man jetzt sicherlich nicht erwartet dass hier in diesem Katakomben System zwei Fahrzeuge noch stehen vor allem wie sind die Fahrzeuge denn hier reingekommen also schauen wir uns das mal genauer an ja oder haben sie den Sitz von da nach hier so hingestellt zum fotografieren ja das kann man echt gar nicht mehr zuordnen oder ja hier ist die Bremse Bremse oder Kupplung alter ich hab dich tot Bremsport hier einfach mal so verrostet hier guck mal hier diese Blickanlage nein das ist die Hupe ich glaube das ist schon komplett zerfallen ja ja ich denke mal das Wasser wird hier auch ab und zu hier ne bisschen höher stehen und deswegen der schnelle Verfalle von den Produkten so also hier sieht man immer das eine Fahrzeug auf jeden Fall halt ja so ein Pritschenwagen aber das ist hier alles komplett schon sehr sehr porös wie man so sehen kann und offenbar diese Fahrradzelle also das was quasi hier vorne normalerweise ist das ist offenbar schon komplett weggerostet also das was hier quasi mal war man sieht es ja auch hier ist einfach komplett kaputt also es ist komplett korridiert alles und wahrscheinlich liegt hier auf dem Fußboden noch so der Rest von dem was mal hier vorne mal war also Wahnsinn ja also von dem Fahrzeug ist auf jeden Fall noch mehr vorhanden wie man sieht das Lenkrad ist da ist auf jeden Fall ein bisschen schmierig ja vorne sieht es noch ganz heil aus hier hinten ist auf jeden Fall ich würde mal sagen wir haben hier ein Cabrio also definitiv ein sehr schickes Modell aber ja komplett korridiert also wie das Fahrzeug nebenan hier hat der Rost quasi voll zugeschlagen und dementsprechend alles hier zersetzen seine Bestandteile nur die Motorhaube die ist echt solide ne da ist auch nicht so viel Rost drauf krass Stefan hat uns gerade gesagt dass der Motor sogar noch vorhanden ist das wollen wir uns auf jeden Fall mal eben angucken mal eben mit der Taschenlampe so mal reinlünkern ja das ist auf jeden Fall ich glaube so sieht man es besser ich habe natürlich null Ahnung was was ist aber wenn Stefan sagt da ist noch der Motor da dann glaube ich dem auf jeden Fall mal hier könnt ihr auch noch mal sehen was ich gerade meinte also hier das Lenkrad ist noch vorhanden aber wirklich viel vom Fahrzeug an sich naja bis auf die Reifen ist auch nicht mehr vorhanden ja ist auf jeden Fall echt mega mega interessant hier hier hängen auch wieder die Kalkablagerungen von der Decke das sieht einfach traumhaft aus und einfach diese riesengroßen Gänge schaut euch das mal an ist mit Deckenhöhe ich würde mal schätzen von ja weiß ich nicht 10 Meter also locker und hier ist zugemauert worden was ich jetzt nur ein bisschen eigenartig finde ist die Tatsache schaut mal hier oben da oben ist so eine Vorrichtung für Neonlampen also offenbar war das Ganze hier beleuchtet was ja eventuell darauf schließen lässt dass dieser ganze Bereich hier wo wir gerade stehen vielleicht gar nicht Teil der Kanalisation ist sondern vielleicht war das ja hier so eine Art Luftschutzeinrichtung das würde nämlich erklären warum es hier Strom gab und warum hier Neonlampen oben hängen hier sieht man auch noch mal Kabel von der Decke und das würde auf jeden Fall Sinn machen so ich denke hier kann man auch noch mal ganz gut die Größendimension sehen der Stefan ist ja nicht gerade klein 2 Meter 2 Meter? 20? nein 1 Meter 90 1 Meter 90 jetzt schaut mal einfach mal nach oben dann könnt ihr halt die Deckenhöhe sehen das ist echt gigantisch also wie gesagt ich würde mal echt schätzen mit 10 Meter bin ich vielleicht doch ein bisschen daneben aber 5 Meter 5, 6 Meter habe ich mich ja quasi nur um die Hälfte verschätzt ich dachte vorhin 10 aber naja du musst mich halt rechnen warte mal stelle ich mal hin so fast 2 Meter 2, 4 ich würde mal sagen so 2,5 Stephans hoch ja das kommt aber hin ja also 2,5 Stephans hoch 5 Meter bestimmt und daran sieht man halt diese gigantischen Ausmaße von von der Decke die hier ist also das ist echt richtig gigantisch so Leute hier ist es auf jeden Fall sehr matschig hier sieht man auch noch mal ein paar Salzablagerungen am Boden hier auch ich dachte erst das wäre irgendwie Müll oder so aber nein das sind diese Salzablagerungen von unten Stalaknieten, Stagnieten ihr wisst ja ich weiß es immer noch nicht und Stefan auch nicht wir haben auch leider keinen Handyempfang das wir dann mal eben kurz recherchieren können aber so sind wir wir sind immer top vorbereitet und gerade alle möglichen Fachbegriffe die haben wir richtig geil drauf ja sorry dafür aber ihr wisst ja so sind wir und das wird sich auch nicht mehr ändern ich muss ganz ehrlich sagen ich würde jetzt den übelsten Herzinfarkt bekommen wenn hier plötzlich irgendeiner um die Ecke kommen würde oder man läuft hier so lang und plötzlich schwupp da steht dann einer also ein bisschen unheimlich ist das Ganze auf jeden Fall schon Leute das ist echt mega verwinkelt hier das sieht auch alles hier wirklich gleich aus okay das ist etwas anderes als wir bislang gesehen haben hier so ein romischer Stuhl sieht so ein bisschen aus wie vom Kindergarten oder so noch mehr Stühle und das riecht hier das riecht hier nach Gras irgendwas riecht hier echt nach Gras ich weiß nicht was es ist was hier so riecht aber in diesem Raum riecht es komisch so Leute jetzt haben wir hier gerade noch so Reifenspuren entdeckt ich hoffe man sieht es eigentlich ganz gut jetzt habe ich mich hier gerade echt gefragt wie kamen jetzt hier die Reifenspuren rein aber es gibt noch einen zweiten Eingang der Stefan gerade gesagt und da kann man wohl mit dem Fahrzeug rein und offenbar haben hier Bagger quasi die ganzen weiteren Zugänge verfüllt mit Erde ja das könnte dann auch die Möglichkeit sein dass die Fahrzeuge hier rein kamen aber ich würde mal schätzen die sind sicher schon einige Jahrzehnte mittlerweile hier drin und nicht erst seit ein paar Jahren also hier nochmal ein Blick ein seitlicher Blick auf die Fahrzeuge die hier stehen wahrscheinlich auch noch in 20, 30 Jahren stehen werden aber man kann jetzt hier wirklich nicht mehr irgendwie erkennen was für ein Baujahr das mal war also wer sich mit Fahrzeugen auskennt und einen Tipp hat kannst ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben aber wir konnten da jetzt echt nichts mehr erkennen was irgendwie auf dem Baujahr hinweist oder vor allem auf was für eine Fabrik also was für eine Marke das überhaupt war also keine Ahnung ein mega Abenteuer hier ganz schön schmatzig hier ja ist auf jeden Fall echt mega eine riesengroße Anlage hier jetzt hat Stefan mir auch gerade nochmal den anderen Ausgang oder Eingang gezeigt also hier passen auf jeden Fall locker flockig Fahrzeuge rein und das wird dann halt der Weg gewesen sein den die halt mal gemacht haben vor vielen vielen Jahrzehnten ja mega mega location so Leute wir sind am Ende angekommen wir gehen jetzt hier raus und dann ganz schnell ab zurück zum Auto ja bevor das Wasser nämlich hier noch steigt wir hoffen das Video hat euch gefallen wenn dem so ist gebt den Daumen nach oben und dann lasst auf jeden Fall weiter unten noch einen Kommentar und ein Abo falls ihr neu seid schaut auch bei Stefan vorbei Let's Urbex in der Videobeschreibung verlinkt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und bis dahin Ciao und wenn ihr weitere Videos mit was Place Discovery auf jeden Fall auch in die Kommentare schreiben so jetzt kommt die Kamera aus los wir müssen raus hier das Wasser steigt das Wasser steigt wir müssen raus hier los komm die Welle kommt raus hier los